Komplexität birgt Gefahren und Chancen. Ziel ist es, mehr von den Chancen nutzen zu können. Willkommen. Komplexität verstehen. Was sie erwartet? Komplexität birgt Chancen und Birgt Gefahren. Ziel ist es, dass sie mehr durch Chancen nutzen können. Ihr ganz konkreter Nutzen, sie werden Unterschiede erkennen, sie werden wissen, was ist komplex, was ist kompliziert und sie werden die Eigenschaften der komplexen Systeme besser verstehen und damit sich die Komplexität zugänglicher zu machen. Schön, dass sie da sind. ZD-Div-Alem 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 Untertitelung des ZDF, 2020